Wenn wir eine digitale Podiumsdiskussion anbieten, geht es ja darum, dass nur bestimmte Personen für alle in der Videokonferenz sichtbar sind. Wie das bei Webex geht, zeige ich in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Webex hat die Funktion der digitalen Bühne. Das heißt, wir können einzelne Personen aus der Videokonferenz auf eine digitale Bühne hochheben, so dass eben nur die Personen auf der Bühne für alle in der Videokonferenz sichtbar sind. Ich schalte mal um in die Videokonferenz. Ich habe jetzt hier neben mir als Gastgeber noch vier weitere Gastbenutzer drin und ich möchte nun mich als Moderator sowie zwei Personen, Gastbrowser und Gastbrowser 2 oder Gastbrowser 3, mit auf die digitale Bühne nehmen. Das geht über zwei Wege. Entweder bei der Teilnehmerliste kann ich rechte Maustaste klicken und dann auf Bühne anzeigen wählen oder ich nehme jetzt hier den Gastbrowser 3. Ich klicke einfach auf die Kachel hier oben drauf und sage auch auf Bühne anzeigen. Genauso leicht, wie ich jemanden auf die Bühne holen kann, kann ich die Person auch wieder runternehmen, weil wenn ich jetzt auf diese Kachel gehe, sehe ich so eine kleine Stecknadel und wenn ich auf die Stecknadel draufklicke, dann geht die Person wieder von der Bühne runter. So, wichtig ist jetzt, dass nur die Personen hier auf der rechten Seite mit mir nachher auf der Bühne stehen werden und vor allen Dingen, dass dies nur eine lokale Ansicht jetzt nur von mir ist. Das heißt, für die restlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat sich erstmal noch nichts verändert. Da ist noch die ganz normale Kachelansicht. Möchte ich nun, dass meine Bühne, die ich mir jetzt hier zusammengebaut habe, die ich jetzt vorbereitet habe, mit allen anderen oder bei allen anderen dargestellt wird, wähle ich Layout und meine Bühne mit allen synchronisieren, bestätige nochmal kurz und sehe dann hier direkt, sie synchronisieren ihre Bühnenansicht für alle und wenn ich jetzt mal auf den Client schaue, ist jetzt hier mein Fenster als Moderator sowie die Gastbrowser, die ich jetzt ausgewählt habe und entsprechend kann ich dann die Personen auch nochmal verändern. Was ich auch ganz nett finde, ist, dass nicht nur ich als Moderator angezeigt werde, sondern ich kann auch zum Beispiel eine Datei freigeben oder eine Freigabe starten. Ich wähle jetzt zum Beispiel mal eine Datei aus, aus meinem Download-Ordner, da habe ich ja noch mein Kerzenbild und schauen wir uns jetzt einfach mal die Ansicht an, wird anstelle von meinem Video die Freigabe angezeigt und eben die entsprechenden Personen auf der digitalen Bühne und das finde ich eigentlich auch eine ganz geschickte Lösung, weil man so zum Beispiel auch anhand von einem Protokoll oder einem Werk, einem Bild auch mal ein Expertengespräch machen kann und man zusätzlich zu den Personen einfach auch nochmal das Bild, worum es geht oder das Werk, worum es geht, einfach auch nochmal sieht. Soweit erstmal zum Thema der digitalen Bühne. Wenn ich was vergessen habe oder du Anmerkungen hast, schreib es bitte einfach in die Kommentare, freue ich mich sehr drüber. Ansonsten wie bei jedem Video wünsche ich dir alles Gute, viel Spaß in dieser Webex-Reihe und bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.